schönen guten tag meine freunde auf maverick tv zu dem weihnachts spezial unboxing heute am zweiten weihnachtsfeiertag und hier haben wir schon das gute stückchen was heute für euch aufgemacht wird der m&m weihnachtsmann so freunde wir sehen könnt ist hier im behälter den müssen wir hier abziehen ist schon fest ziemlich fest aber ist ja auch wichtig jetzt ziehen wir den guten guten weihnachtsmann ab also man kann den weihnachtsmann jetzt der deckel ist mit dem weihnachtsmann befestigt drauf und hier drin haben wir zwei kleinen tüten zwei kleine tüten von den m&m nüssen so sieht es aus so und jetzt fragt ihr euch was passiert jetzt eigentlich weiter denn der weihnachtsmann ist nicht einfach nur so ein weihnachtsmann den man einfach hinstellt sondern er kann etwas und zwar machen wir dazu erst mal eine tüte m&m auf und jetzt kann man seine winterliche mütze hier am züpfel aufmachen klack und in seinen kopf förmlich in sein gehirn könnt ihr die m&m reinballern paar zu viele ein augenblick so groß ist sein gehirn dann doch nicht jetzt macht ihr wieder seine mütze zu und jetzt hat er hier einen weihnachtssack wo die geschenke hinkommen und jetzt passt auf folgender trick an seiner hand hier an dem geschenk wo er das geschenk hier hält könnt ihr förmlich ein knick machen und habt ihr das gerne gesehen da kommen wirklich zwei nüsse und fallen direkt von unten in seinen weihnachtssack und erst dann könnt ihr sie essen über den geschmack müssen wir nicht mehr reden da sind die altbekannten m&m nüsse aber ist das nicht ein krasser weihnachtsmann guckt euch das noch mal ganz genau hier unten in den sack was ist denn jetzt los weihnachtsmann er braucht manchmal ein bisschen länger so wie eier brüten ja man braucht manchmal ein bisschen länger und dann zack springen die dinger förmlich zack in seinen sack rein und dann könnt ihr euch ein paar genehmigen in diesem sinne meine freunde wünsche ich euch auf jeden fall noch noch mal frohe weihnachten auf maverick tv danke für die unterstützung in diesem jahr von euch und ich wünsche euch noch einen sehr schönen letzten fröhlichen weihnachtstag in diesem sinne auf wiedersehen euer maverick soll ich den verlosen den weihnachtsmann überlege ich mir noch ich feiere den überklass